Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer-Zoom zu Battlemages, Sign of Darkness. Da drüben steht irgendwas und lauert. Ach, Skelette-Zombies, ein verlassener Friedhof. Dann holen wir uns mal alles, was dort ist. Also das sind mal aggressive Skelette und so. Naja, ist gut genug, um unsere Truppen aufzufüllen. Und ja, unsere Marker sind mal wieder alle weg. Wie sehr ich das doch liebe. So, die Stadt ist uns ja leider feindlich gesund. Was so ein klitzekleines Problemchen ist. Äh, wo sind meine weiteren Untoten nochmal gewesen? Na doch, hier. Bin ich über sie drüber geflogen? Oder wo treiben die sich rum? Naja, egal. Äh, wir können mal den Fäden weiter auseinander nehmen. Vielleicht gerade zu blind meine Leute zu sehen. Ah, da. Ach ja, stimmt. Die wollte ich nach da hinten schicken. Oder? Ne, die habe ich nach da hinten schon geschickt gehabt. Und hier habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst. Der fehlt, weil es ist verdammt gut besetzt, ey. Und hier habe ich nach acht. Ja, das ist das, ja. Ja, das ist das. Ja. Ok, die da sind recht immun gegen mich, das ist nicht gut. Ok, wir laden euch. Was ist eigentlich mit dem Safe? Funktioniert der? Ja, der würde funktionieren. Hm, lustigerweise. Nur der da funktioniert nicht. Ne. Wir sind irgendwie auch hier oben. Ich wüsste aber nicht, ob ich nochmal alles... Wie viel Zeit ist zwischen den beiden Saves? Vergangene Viertelstunde. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal... Ob ich den laden möchte und nochmal machen möchte, die... Ja, es sind noch 20 Minuten. Ja, laden wir den. Und löschen den. So, meine Truppen sind alle da drüben. Ich glaube nämlich, ich habe die Vorrokhöhle und das Uga-Lager platt gemacht. Ja. Müsste ich platt gemacht haben. Und ich muss aufpassen, wo ich mich rumtreibe. Ich habe... Ich habe... So, ich glaube, bevor ich die Kugel kaufe, hol ich mir erstmal noch die anderen im Haus. Are you ready? I'm a wicked. Are you ready? I need your mighty wizard has the full now that I'm... Ja. Malertrank aus einem Bärenlager, magischer Turm, Lager der großen Vorrocks, Geisteraue, Rolls Grab und so weiter und so fort. So, meine Oto-Darmee steht bereit. Also ja, hier hinten, die Wolfsgrube müssen wir mit unseren anderen Leuten vernichten. Aldo-Kopf macht uns ein Angebot. Die brauchen einen Titanenpanzer von hier. Also ja, erstmal bringen wir diesen Lithium. Und kaufen hier mal die Kugel. So. Ich muss halt wirklich ein bisschen aufpassen, wo ich lang gehe. Lager der großen Vorrocks vernichten. So, den Schreckensmagier ausschalten. Jetzt brauche ich nur noch eine weitere Kugel. Das hat diesmal viel besser geklappt. Für den Vorschlag machen wir ein paar Quick-Saves. In der Hoffnung, dass die helfen. So, jetzt gehen wir mal oben nach Aldo-Kopf zum Schmied und gucken mal, ob wir da das Ding kriegen. Also... Irgendwo war das doch. Ja, die Goblin-Werkzeuge, genau. Der ist gut vergiftet worden von den Zombies, also der Trupp. Deswegen ist er auch fast tot. Ja, das etwa... Ja, ja ja. Also ja, hier ist eine Schmiede versteckt, hinter dem Chaosaltar. My troops are under attack. Wir sind unter Attack. So. Oh, großes Voroklager ist da auch. Und ja, Chaos-Attach halt, wie gesagt. Und ja, Chaos-Attach. Ja, Chaos-Attach. Ja, Chaos-Attach. Ich bin Miesa! Miesa! Ich habe gerade nicht genug, jetzt habe ich genug Zauberkraft, um die da zu retten. So, die Gomblim-Werkzeuge haben wir schon mal. So, die Gomblim-Werkzeuge kommen aber gar nicht ran. Hä? 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 Sehr witzig. Gehen wir mal wieder zu unseren Gräbern da drüben. Und holen uns frische Truppen. Äh, hier ist das Orakel. Ich habe keinerlei Orientierung gerade. Ja. Holen wir mal die Ressourcen da oben. Da holen wir uns auch noch dieses kleine Skelette von hier. So, hier noch da unten. Ja. Oh, Monsterhöhle. Ah, eine Monsterhöhle. Dann machen wir die auch noch platt, wenn die schon hier rumsteht. Okay. Vielen Dank.